. 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 Du bist derjenige, der das so rhythmisch verkauft. So, so in der Musik drin ist. Du hast verstanden, was Tanzen ist. Du schwebst und du schaffst trotzdem bei den Figuren da zu sein. Ich hab gedreht. Stopp! Sie zu halten. Für mich ist das das, was Let's Dance ist. Das ist wirklich ein großer Talent. Und natürlich trainierst du hart. Und das war wirklich wunderschön. Wahnsinn. . Deine Emotionen werden größer und das gefällt. Und bei Technik bist du spitze. Ja. Ich habe selten jemand in diesen Shows erlebt, die Standard so gut tanzt wie du. Ja. Großes Kino heute hier in Quickstown. Ich finde, du hast alles rausgelassen mit Energie. Das war wirklich eine super Energie. Ich sage dir, das ist Chobaby, das ist Copacabana, das ist Tropical auf Chur. Ich muss sagen, die zweite Hälfte zeigt wahnsinnig dein Potenzial. Und das ist noch nicht vorbei. Da steckt noch so viel in dir und das wollen wir sehen. Aber ansonsten hast du hier wieder eingerockt. Die Halle hat gebebt. Alles richtig. Alles gut. Donnie. Mach mir ganz kurz dein bester Danks. Ja, das war eine gute Nummer, weil du warst sehr exakt in den Sachen. Ich habe ganz, ganz schnell gecheckt, hier geht es um was. Und du hast es wirklich gut gemacht. Das war wirklich eine schön getanzte Passo Doble. Ich bin so froh, dass wir endlich einen Contemporary haben, der Contemporary war. Und der auch wirklich top war. Sehr schöne Storytelling, sehr modern, sehr sexy, aber wirklich gut. Leute, es war heiß. Also top, top hottest contemporary ever. míaoraise